In Uganda ist ein unchristliches Gesetz verschärft worden, das es ohne das Christentum gar nicht geben würde. Warum sogar der Papst sagt, dass solche Gesetze bekämpft werden müssen, erfahrt ihr im Video. In Uganda sind die ohnehin heftigen und menschenrechtsverletzenden Gesetze gegen homosexuelle Menschen verschärft worden. Es würde hier zu lange dauern, alle Rechte aufzuzählen, die homosexuellen Menschen in Uganda schon seit Jahren verweigert werden. Der Staatsterror, unter dem die queere Gemeinschaft in Uganda zu leiden hat, ist nochmal krasser geworden. Männer und Frauen, die wiederholt homosexuellen Sex hatten, droht die Todesstrafe. Die Leute, die in Uganda dieses Gesetz befürworten, tun dies mit der Begründung, dass Homosexualität unafrikanisch sei und sich nur aufgrund des schädlichen Einflusses der westlichen Welt in Uganda verbreiten würde. Das ist Unfug. Warum? Erstens, da Homosexualität genetisch ist, gibt es sie selbstverständlich überall auf der Welt. Und zweitens, wenn etwas vom Westen nach Afrika eingeschleppt worden ist, dann ist es Homophobie und Queerfeindlichkeit. Besonders stark christlich-konservative Kreise in Uganda kämpfen mit allem, was sie haben, gegen queere Menschen. Das Christentum ist aus dem Westen nach Afrika gebracht worden und hat seine queerfeindliche Haltung mit im Gepäck. Ab dem Jahr 1990 wurde dieser Effekt durch evangelikale MissionarInnen nochmal intensiv verstärkt. Deswegen ist es für ChristInnen nicht nur legitim, sich gegen ein solches Gesetz eines anderen Landes auszusprechen, es ist sogar unsere Pflicht. Auch die katholische Kirche hat maßgeblich an der Homophobie in der Welt mitgearbeitet. Es hilft auch nicht, wenn man sagt, wir haben nichts gegen Homosexuelle, wir verurteilen nur, wenn Homosexualität ausgelebt wird. So ein Satz macht Liebe zur Sünde. So eine Einstellung führt zu menschenverachtenden Gesetzen wie in Uganda und anderen Staaten. Anfang des Jahres war der Papst in der Demokratischen Republik Kongo zu Besuch. Direkt nach dieser Reise hat der Papst betont, dass die Kirche sich für die Abschaffung solcher Gesetze einsetzen muss. Auch wenn es Bischöfe gäbe, die damit nicht einverstanden sind. Dazu sagte der Papst, diese Bischöfe müssen einen Prozess der Bekehrung durchlaufen. Aber nicht nur die Bischöfe, sondern die gesamte Christenheit sollte sich gegen Diskriminierung und auf die Seite der Liebe stellen. Hier könnt ihr einen Einblick in das Leben eines queeren Menschen in Uganda bekommen. Und wenn ihr keinen Zornausbruch verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.